Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Es ist Schocktober. Ja, der musste sein. Hallo und willkommen zur Besprechung von Halloween Park. Einem schwedischen Horrorfilm von Simon Sandquist oder Simon Sandquist. Ja, wir, das ist die geballte Horrorkompetenz 99 Cent Hill. Hallo. Guten Tag. Und der Mann, der im Bademantel so sexy aussieht wie Toni Soprano, Werner. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Sven und ich bin Pfälzer, das sagt schon alles. Ja, wir drei durften schon vorab Halloween Park sehen, der am 26.10. erscheint mit einer FSK 16 und er geht 86 Minuten. Erstmal vielen Dank für den Screener und dann die Frage, hattet ihr schon mal Berührungspunkte mit Horror aus Schweden oder so aus der skandinavischen Richtung? Dazu müsste ich jetzt genau wissen, welche Horrorfilme aus der Richtung gekommen sind, die ich gesehen habe. Das ist eine gute Frage. Wir hatten letztens hier, ja, wie hieß der denn? Hieß der Speak No Evil? War der nicht skandinavisch gepaart mit holländisch? Ich meine ja. Aber ansonsten machen die Skandinavier ja relativ typische, bedrückende Filme. So, das ist ja so das, wo ich mich eigentlich immer darauf freue. Was erzählt Trollhunter? Der war nämlich ganz cool. Den habe ich gesehen, der ist cool, ja. Ja, genau. Den fand ich auch ganz gut. Ich bin mir halt immer nicht sicher, kommt das Ding aus Skandinavien oder spielt es nur da? Es gibt zum Beispiel den Netflix-Film The Ritual, aber ich glaube, der spielt auch nur dort, ne? Oh Gott, keine Ahnung. Also ich habe mir zwar welche rausgeschrieben, die sind alle schon ein bisschen älter. Das ist einmal Final Hour von 95. Der kommt aber auch aus Dänemark. Dann den immer noch brutal gruseligen Nightwatch. Ja, den wollte ich gerade sagen. Ja, das Original, das Remake finde ich auch nicht schlecht. Costa Valdau, ne? Genau. Und was mir auch gut gefallen hat, war Cold Prey. Der kommt aber auch aus Norwegen. Also direkt aus Schweden hatte ich jetzt keine direkten Berührungspunkte. Ja, da haben wir ja eher diese düsteren Krimi- und Thriller-Filme meistens. Genau. Die, ich weiß nicht, spielt der in Schweden oder? Der spielt nur in Schweden. Ari ist Amerikaner. Das zählt also nicht. Ich habe gewusst, dass das kommt. Ja, 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 ja. Okay, reden wir aber jetzt erstmal über Halloween Park. Eure Erwartungen nach dem Trailer. Haut raus. Also ich persönlich hatte gar keine Erwartungen, weil ich den Trailer gar nicht angeschaut habe. Ich bin da völlig unvoreingenommen rangegangen und habe mich einfach mal überraschen lassen, nachdem mir erstmal klar wurde, dass Halloween Park nichts mit dem eigentlichen Halloween Franchise zu tun hat. Weil wenn man den Titel erstmal liest, denkt man ja an Halloween. Und dann habe ich mal geguckt. Poster? Ah ne, nicht Halloween. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe den nur geguckt, weil wir den bei uns im Channel ja vorgeschlagen bekommen haben. Und meistens sage ich schon ja, wenn ich sehe, es ist ein Horrorfilm. Und dann gucke ich erst auf, was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Aber manchmal klappt es. Manchmal habe ich Glück. Und vom Trailer her dachte ich mir, ja, das ist ein solides Ding. Kann man mal weggucken. Könnte Spaß machen. Vor allem, weil das Setting relativ unverbraucht ist. Ich denke, mir fällt nur Chucky ein, das Finale im Freizeitpark. Und ich glaube, Chucky 3. Ja. Mit der Militärbasis und ja Final Destination am Anfang. Ansonsten wüsste ich gar nicht, was noch so... Oh, doch, doch. Ja, stimmt. Stimmt, das ist nur der Anfang am dritten. Ja, ja, genau. Aber ansonsten fände ich halt, theoretisch ist das eine richtig coole Idee. Ja, mir ging es ähnlich. Also ich habe gesehen, okay, Halloween Park. Also mir war schon relativ klar, dass das nichts mit Halloween zu tun hat. Aber ich habe ein bisschen reingeguckt in den Trailer. Ich habe ihn auch nicht ganz angeguckt. Und ich dachte nur, okay, Park, Teens, maskierter Killer. Entweder ist es kompletter Durchfall oder es ist vielleicht doch ganz gute Unterhaltung. Und habe mich auch überraschen lassen. Bei mir war es so, ich habe da hingeguckt und dachte dann auch, weil ich in verschiedenen Social-Media-Kanälen dann auch bei dem Trailer unten dran gelesen habe, ja, ach Gott, es geht weiter mit Halloween und bla. Und dann dachte ich noch, okay, sag mal, also das hat null mit Halloween was zu tun. Der Originaltitel lautet auch Karussell, war wahrscheinlich dem Verleiher etwas zu lahm. Und die haben gedacht, hey geil, komm, wir machen mal Halloween Park draus. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, cool, über Halloween verteilt ist Michael Myers zwar in den Straßen unterwegs, aber ansonsten ist der Parkwächter. Das wird uns aber jetzt genau erst mal Till erklären. Worum geht es denn? Im Endeffekt relativ easy. Wir haben Fiona, das ist, ja, in der Inhaltsangabe steht Parkmanagerin, sie ist keine Managerin, sie arbeitet da und kann die Geräte bedienen. Die führt ein paar ehemalige Freunde in diesem Park herum, natürlich nachts, weil die Karten gewonnen haben für eine exklusive Halloween-Führung, dass nur die durch diesen Park geführt werden können. Und die können das meiste dort benutzen, überall da, wo Licht an ist, so wird es beschrieben, können Achterbahn fahren, können Zuckerwatte futtern und all das, was da sonst noch so Spaß macht. Und ja, es sind so ein paar Teenager typisch, die sind halt sehr, sehr stereotyp und die werden alle von einem maskierten Killer verfolgt. Denn eventuell hat ja die, die im Park, die die Freunde rumführt und die Freunde selber, vielleicht haben die ja eine dunkle Vergangenheit. Aber das vermutet man natürlich nur, man weiß es nicht genau. Wir haben also die typischen Slasher-Zutaten, ein eventuell dunkles Geheimnis, ein dunkler Park, ein maskierter Killer und die trotteligen Teenager, die von einer Schnapsidee auf die nächste kommen. Fangen wir erstmal mit den Charakteren an. Konntet ihr euch mit denen, weil der Film hat ja eine relativ kurze Laufzeit, konntet ihr euch mit denen so ein bisschen verbinden, dass ihr mitfühlen konntet? Oder war es euch einfach scheißegal und ihr habt gedacht, Truff und das Wetter, ich will das Schlachtfest? Also mir war das relativ schnell relativ egal, weil anfangen wird ja ganz kurz ein bisschen so der Hintergrund eingeführt, gerade von der Fiona, die ein bisschen traurig ist. Und da dachte ich, okay, mal gucken, wo dieses kleine Drama hinführt. Aber als dann der Rest ins Spiel gekommen ist, dachte ich, ach nee, bloß nicht. War bei mir ähnlich, also die, ich fand noch am interessantesten oder am nachvollziehbarsten war diese Fiona tatsächlich und der Rest war halt, ja, mir doch egal. Du guckst die ersten paar Minuten und weißt genau, alles klar, die werden auf die Schlachtbank geführt und dann war es das auch. Das ist jetzt nicht irgendwie auch, ja klar, haben da ein Teenie mit dem anderen wieder eine Beziehung und das war mir aber alles egal, auch wenn es dann irgendwie mal an den Kragen geht. Ja, also ich würde da noch kurz anmerken, sie waren mir nicht nur egal, also diese Truppe, die dann gekommen ist, sie haben mich sogar genervt. Ja. Okay, was hat euch so genervt? Ja, also die Chemie untereinander, das sind einfach so totale Jammerlappen und immer nur auf Konflikt aus und immer nur, ja, Gemecker, also da war keine Chemie, keine freudschaftliche Verbindung, sondern einfach nur nervlich. Das fand ich auch, vor allem, weil dieser Film es nicht schafft, das Ganze wirken zu lassen, als würde das skandinavisch oder schwedisch sein. Das Ding ist eine komplette Hollywood-Produktion und ebenso auch die Teenager, um schon mal ein bisschen was vorwegzugreifen, was mich sehr gestört hat, das ist so ein bisschen schade. So Charaktere werden einfach eigentlich anders geschrieben im hohen Norden, aber der Regisseur wollte anscheinend einen Hollywood-Slasher haben. Ja, es ist wirklich so ein bisschen schade, ich fand auch die Einzige, die einigermaßen sympathisch rüberkam, war Fiona. Beim Rest habe ich auch gedacht, hoffentlich sterbt ihr auf grausame Art und Weise, dass mein Blutdurst gestillt wird. Aber aufgrund auch der kurzen Laufzeit, du kannst halt überhaupt keine Verbindung groß aufbauen. Mich haben auch wirklich der Rest komplett nur genervt und ich dachte nur, hoffentlich, hoffentlich geht's gleich los. Okay, kommen wir gleich mal zu einem unserer Hauptkriterien. Wie fandet ihr den Killer? Ja, ich fand ihn sehr, sehr 0815. Je länger der Film ging, desto dümmer fand ich ihn, weil er einfach nicht effektiv war. Nichts auf die Beine gebracht hat. In Summe muss ich einfach sagen, Satz mit X war fast nix. Also da ist eine ganze Menge Luft nach oben, unterdurchschnittlich würde ich mal sagen. Da gehe ich mit vor allem, ja die Maske ist okay, nichts, also es ist ein bisschen im Happy Death Day nur ein bisschen böser, die Maske. Aber der Killer selbst macht halt nichts aus seinem Umfeld. Ja, da kommen wir noch. Ja, ja genau, genau und deswegen, er ist halt ein typischer Killer, der läuft rum, ist immer da, wo die anderen sind, so typisch Michael Myers oder Jason mäßig. Man taucht einfach immer auf, hier gibt es noch vielleicht einen kleinen Kniff, aber das ist eine andere Sache. Ja, nicht bedrohlich. Man muss wirklich sagen, der Killer ist ja eine Mischung aus Happy Death Day Maske und den Overall hat er sich tatsächlich von Michael Myers geliehen. Ansonsten hatte ich mich eigentlich schon so ein bisschen drauf gefreut, weil dieses schwedische oder das skandinavische Kino ja wirklich auch sehr, sehr spannend düster und auch übel sein kann. Aber vor dem hatte ich auch nicht wirklich Schiss. Egal wie langsam er läuft und wie oft er mit seiner Axt da irgendwie gegen irgendwas kleppert. Wo ich gedacht habe, naja, okay, wenn das Freddy mit seiner Krallenhand macht, ist das in Ordnung. Aber das da ist also alles, aber irgendwie nicht bedrohlich. Aber eins muss ich dem Killer geben und zwar, ich habe mir letztens den Totally Killer auf Amazon Prime angeschaut, obwohl ich dort die Maske noch schlechter fand als hier, war der Killer hier in Summe schlechter als der in Totally Killer. Also das muss man auch mal hinkriegen. Bessere Maske als manch anderer Horrorfilm und trotzdem schlechter performt. Kommen wir jetzt zum Kern der Sache, da könnt ihr euch richtig auslassen, den Kills. Sind sie euch blutig genug? Sind sie euch fies genug? Oder wurde euer Blutdurst nicht gestillt? Da dürft ihr gern den Kreativitätsbonus ausspielen. Naja, also der Blutdurst, sage ich mal, sofern er vorhanden war, hast du da kein volles Glas gekriegt, sondern im besten Fall mal einen kurzen. Und somit war der Durst nicht ansatzweise gestillt. Also ich glaube, nach 40, 50 Minuten gibt es gerade mal eine Leiche. Für einen Slasher ist das viel zu wenig. Und für einen Horrorfilm ist der Film sowieso nicht Horror genug. Also von dem her ist, was das Thema angeht, auch unter Durchschnitt das Wort, das ich benutzen würde, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Da würde ich fast mitgehen. Das ist auch eher so, Horror ist ja immer so das Überthema und es hat ja eine Million Untergliederung. Aber das ist eher auch so ein Gruselfilm. Das ist nicht so der typische Horrorfilm. Und die Kreativität ist ungefähr bei Null. Er hat die Axt, vielleicht mal, ich weiß nicht, einmal hat er, glaube ich, auch irgendwie ein Messer oder sowas. Aber da wird nichts draus gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Situation, da hängt jemand am Stacheldraht mit der Hand fest. Ja. Und? Egal. Also da passiert nichts mit. So, es ist überhaupt nichts. Wir haben, wir haben Riesenräder. Wir haben, na, wie heißt das? Achterbahnen. Wir haben hier Zuckerwattemaschinen. Weil keine Ahnung, was man damit machen kann. Aber, weißt du, mix doch, mix doch, schlag doch den Kopf da rein und dann machst du dir danach eine Zuckerwatte oder so. Weißt du, also so, dass man auch ein bisschen was, dass man auch ein bisschen Futter hat. Ein bisschen was, wo man auch mal jubeln kann. Nein, weil es ist kein Film. Hast du einen Teenie-Slasher, weißt du eigentlich in den meisten Fällen. Das sei denn, du wirst wirklich stark überrascht. Du, ähm, du castest ja auch deinen Spaß. Ähm, aber ich weiß nicht. Das ist so uninspiriert. Leider. Wobei der Anfang ganz cool war. Also so der erste Kill. Ich werde jetzt natürlich nichts spoilern, aber der erste Kill, muss ich sagen, da dachte ich noch, ja, okay, das ist nicht schlecht. Das hat mir jetzt als Anfang gut gefallen. Ja, fand ich auch. Also ich fand auch so diese, die Kreativität. Am Anfang der erste dachte ich, ja, okay, das sieht auch relativ, in Anführungsstrichen, hart aus. Da könnte man doch schon durchaus seinen Spaß haben, aber sie machen null draus. Sie gehen dann natürlich ins einzige Haus, das dann noch, also es fällt da natürlich der Strom aus. Und dann gehen sie ins einzige Haus, was noch beleuchtet ist. Das ist natürlich das Horrorhaus. Und auch da wird nichts draus gemacht. Er taucht zwar mal im Hintergrund auf, dann haut er wieder ab, aber es ist nie, es ist null spannend. Das ist gut gedreht. Also ich finde, das sieht gut aus. Aber er ist zu dunkel. Stimmt, er ist auf der einen Seite zu dunkel und ich habe mir noch gedacht, wenn ich Killer wäre, da würde ich zumindest mal, also erstens mal eine größere Gruppe rein locken. Ich meine, klar, es hat natürlich alles seinen Grund, aber da könntest du auch so Sachen wie Klavierseiten über die Achterbahn spannen. Ja, richtig. Das dann fährt der erste Rutsch runter und du siehst, ding, 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 ding. Das war übrigens der allererste Kill, in Anführungszeichen, oder Mord im allerersten Detektiv-Konnen-Manga. Achterbahn-Köpfung mit einer Perlenkette. Echt? Also selbst dieser Manga ist kreativer als jetzt dieser Film. Ich bin da nicht so bewandert drin, aber naja gut, dann sind wenigstens meine kranken Gedanken nicht nur mir entsprungen. Ganz genau. Man hat das dann gebracht. Was ich halt eben noch enttäuschend fand, ist jetzt nicht unbedingt so die Kills, dass die so 0815 sind, sondern vor allem, dass man aus der Location so wenig gemacht hat. Gerade dieses Gruselhaus sieht ja durchaus gut aus, ist cool gemacht. Da hätte man auch, was wirklich so den Gruselfaktor angeht, da hätte man so einfach so viel mehr machen können. Hat man aber nicht. Ja, er hatte halt wirklich keine Spannung. Also ich saß da und dachte, ey, das gibt's doch nicht. Ihr habt alles, was ihr eigentlich braucht, aber Herrgott, ihr macht nix draus. Gibt es eigentlich so, weil ich hab's so ein bisschen rumgelesen und da wird er schon so angepriesen auch. Ja, dieses Mal läuft alles ein klein bisschen anders. Gab's für euch irgendwelche Abweichungen zu den üblichen Slashern? Fandet ihr da was Besonderes noch dabei? Also ich meine, das, was ihr vorher gesagt habt, war jetzt nix Besonderes. War es also, den Film irgendwie hochzuwerten, aber war irgendwas dabei, was euch schon ein bisschen überrascht hat? Also überrascht absolut gar nichts. Der Film war von Anfang bis Ende komplett vorhersehbar. Überrascht hat mich wirklich absolut gar nichts. Mein Film hat seine Stärke aufgrund des Settings, aufgrund der Location, aber aus dieser Stärke, wie du gesagt hast, macht man viel zu wenig. Ja, das ist alles Standardware. Es hat mich überrascht, nein, nicht überrascht, es hat mich eher enttäuscht, dass nicht so viel daraus gemacht wird, aber es ist halt, und das macht den halt zum Standard-Teenie-Slasher, ja. Ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen drauf gefreut, weil ja auch so damit doch schon ein bisschen geworben wird auch, dieses Mal setzen sie sich zur Wehr. Und als sie sich bewaffnen, dachte ich, oh, okay, jetzt schauen wir mal. Und dann halt auch, ja, wir bleiben zusammen, wir sind vier gegen ein oder fünf, glaube ich, waren es dann, machen wir jetzt platt. Und, ja, das ist der einzigste Moment, wo ich tatsächlich dachte, oh, vielleicht dreht sich das Ganze jetzt ein bisschen, aber sie machen halt auch da nichts mehr draus. Nein, was machen sie? Sie trennen sich. Da hat zwar jeder einen Monsterschraubenschlüssel in der Hand und so, aber ich dachte noch, oh, komm. Allgemein, so die Entscheidungen waren wieder total am Müll, also wo sie sich teilweise verstecken und wo sie hinflüchten und welche Maßnahmen sie hier und da in die Wege leiten. Da dachte ich, ach, kommt schon, Leute, ihr könnt doch sicherlich ein bisschen was Besseres machen als das. Es gibt doch bessere Orte, man kann sich besser verstecken. Alles, was sie machen, hätte man viel besser machen können. Also ich habe teilweise echt den Kopf geschüttelt und man hat halt eben beim Zuschauen auch nicht so dieses Gefühl, dass es aus dem Park kein Entkommen gibt oder dass man da nicht irgendwie anders Hilfe holen könnte. Also, ja, das war, die Leute waren einfach viel zu dumm. Das war so auch etwas, was mich genervt hat. Das stimmt. Es war nicht so, es hat nicht so gewirkt wie so eine isolierte, wie so etwas Isoliertes. Vor allem, weil der Park war auch direkt in der Stadt, also du hast nicht, du hast nicht wie, ach, keine Ahnung, der Heidepark, der direkt am Wald ist, weißt du so. Sondern du bist direkt in der Stadt und da kommt direkt jeder hin und auch die Polizei, die dann ja auch mal kommt, so das fühlt sich an, als würde jederzeit Hilfe ganz nah sein. Das hat es auch nicht so ganz, das hat die Spannung, das hat die Spannung genommen und auch dieser Fluchtversuch über den Zaun, das ist jetzt kein Spoiler, aber man sieht doch, dass da Stacheldraht ist. Ja, vor allen Dingen, wenn sie ja so clever sind, hätten sie sich ja eine Decke holen können, ne? Also. Ja, richtig, das, es ist halt, es ist halt leider sehr dumm und ich habe nichts gegen dumme Slasher, ich mag die sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, ja, der Killer hat eine Axt, so, ich habe da halt direkt, einfach nur, weil Hatchet eine Axt vorne auf dem Cover drauf hat, so, das ist auch der, die Hatchet-Reihe ist so dumm, aber die macht viel, viel, viel mehr Spaß, weil die sich, so dumm wie sie ist, einfach ein paar Sachen traut, gerade so von den Kills und von der Kreativität her und das spielt nur im verdammten Sumpf, so. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi, wir haben einen Werkzeugkoffer voller Möglichkeiten und der Typ macht halt nichts draus. Ja gut, bei Hatchet ist halt auch, finde ich, da ist halt auch dieser Bonus, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt. Ja, richtig und das, der Film wirkt, jetzt der Halloween-Park wirkt, als könnte er sich nicht ganz entscheiden, fand ich. Immer so dieses, dieses Spaß-Slasher-Ding, was angedeutet wird, weil es ist ein Freizeitpark, so, das verbinde ich gleich mit Spaß und dann aber auf der anderen Seite dieses, dieses bierernste Thema, was sich so langsam aufklärt und deutlich macht, da ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Gut, dann kommt eigentlich meine letzte Frage, bevor wir überhaupt, die Frage, ob wir überhaupt noch zu einem Fazit kommen, aber Kino oder Stream? Wenn, dann Stream und selbst da sollte es auch eher so Plan B sein, wenn man sagt, ja okay, den schon gesehen, den schon gesehen, ja dann probieren wir es einfach mal, alles andere als ein Must-See. Ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt eine Gruppe Teenager in diesen Film geht, die wollen einfach mal einen Horrorfilm gucken, weil die haben noch nie irgendwas gesehen, weißt du, die gucken sich bei Netflix Stranger Things an, finden das cool, aber so richtig was gesehen haben sie noch nicht und vor allem auch nicht im Kino, dann könnte der ganz gut funktionieren. Wenn du allerdings da reingehst ins Kino und kennst aber schon alles, angefangen von Scream, noch vorher Halloween und Pipapo, dann kann man sich den komplett sparen und vielleicht mal nicht mal für 99 Cent, sondern tatsächlich einfach dann im Stream einfach so mal mitlaufen lassen. Das könnte man machen als Plan B, wie Werner schon sagt, aber wer wirklich schon ein paar Sachen gesehen hat, braucht sich den nicht im Kino angucken. Ich habe halt auch schon viel gesehen und ich war wirklich gelangweilt und auch enttäuscht, dass einfach nichts Kreatives bei rumgekommen ist. Man hat viele Möglichkeiten, man macht nichts draus. Klar, für Anfänger könnte das ein Einstieg sein, es gibt aber auch da deutlich, wirklich, also deutlich, 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 deutlich besser das. Und ja, mein Fazit ist, das war nichts. Nö, ne? Schließe ich mich an, Punkt. Gut, schließe ich mich euch an, das war nicht wirklich etwas, von dem her gibt es da keine Empfehlung. Mal ein totaler Hot Take von mir. Schaut euch lieber Winnie the Pooh Blood & Honey an, bevor ihr euch Halloween Park anschaut. Oh, okay, dazu muss ich sagen, nein, schaut euch nicht Blood & Honey an, weil der ist nämlich auch scheiße. Also zumindest zweiter Meinung nach. Fangt lieber mit was Klassischem an, also wenn ihr euch überhaupt nicht auskennt, dann fangt mit den Klassikern an. Haut euch Halloween rein, haut euch, boah, es gibt so viel, mit was man anfangen kann. Es gibt einfach wirklich, wirklich sehr viel, ja. Und das mit Blood & Honey hier, Winnie Pooh, an alle Lehrer, das ist nichts für Grundschüler. Ich weiß nicht, ob ihr die News gelesen habt, dass ein Grundschullehrer seinen Schülern Winnie Pooh Blood & Honey gezeigt hat. Nicht ernsthaft. Ja, ja, deswegen, also an alle Lehrer nein, das ist nur Privatvergnügen. Okay, dann haben wir auch noch was für die Bildung getan, das ist doch schön, da kommen wir zu einem runden Abschluss. Uns gibt's überall auf Social Media, folgt uns Spotify auf unserer www.tele-stammtisch.de-website, gibt's alle Folgen. Ich sag schon mal, ciao, dann darf der Till und als letztes der Werner. Tschüss, tschüss. Ja, hat Spaß gemacht und viel Spaß, falls ihr euch den Film dann doch anguckt. Ich bin gespannt. Tschüss. Ja, ich sage danke an euch zwei, war wie immer eine super Runde. Danke an die Zuhörer fürs Einschalten und ich wünsche euch ganz, ganz tolles Gruseln jetzt zur Halloween-Zeit. Lasst es euch gut gehen, holt euch viel Süßes, holt euch viel Saures und dann hören wir uns bald wieder hier beim Tele-Stammtisch. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. 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 Danke.